hallo große freunde da bin ich wieder ok ich hätte es noch länger ziehen können aber das wollte ich euch nicht antun so wir spielen nightmare house 2 weiter und zwar part 5 neues spiel dead signal und klick ich habe schon gehört das wird noch richtig böse hier derzeit richtig aussetzen damit ich auch jeden gruselscheiß höre johnny ist tot ich weiß immer noch nicht was ich in diesem krankenhaus zu suchen haben aber was soll's wir sind ja explorer abenteurer ist ganz schön warm heute sollte vielleicht nicht so laut sein hier ist schon ein bisschen ach scheiß drauf ist wochenende ladedaten ich lade die da ich möchte nach hause haben wir hier letztes mal aufgehört ja sieht fast so aus ich gehe mit meiner axt und meine axte geht mit mir ja der signal wir haben es kapiert nein man hat mir schon gesagt dass es noch richtig böse wird hier in dem spiel muss ich da denn überhaupt lang ok ok das macht natürlich sinn du musst mal mitkommen kumpel mach auf da weit klopft an die tür ich muss wahrscheinlich neues mitnehmen es ist dunkel das sieht aus wie schienen das gefällt mir nicht weiß hier einer ob ich hier richtig bin auspacken irgendwas habe ich gemacht irgendwas habe ich gemacht irgendwas habe ich gemacht zombie man es geht denn such dir einen job das gefällt mir schon wieder nicht wieso geht meine taschenlampe nicht ja ich frisst das ja hier komm ich bin ninja ich kämpfe auch ohne dich zu sehen oh munition und health kit ok ich springe jetzt einfach hier runter gott ich sehe überhaupt nichts meine taschenlampe geht auch nicht mehr aber bestimmt billigware aus taiwan was 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 bist du für ein ding ich gehe mit meinem axt und meine axt geht mit mir ah da lang ok bis jetzt geht es mir gut auf mich immer so anzuspringen ich will keine kinder mit dir oh da fällt mir joy will vielleicht kinder mit mir was was denn hier los oder oder leonie oder marco oder oh gott ich habe so viele namen gelernt in den letzten tagen habe alle wieder extra vergeben es alle vergessen sag mal bin ich von hier nicht her gekommen ok ich gehe jetzt mal hier durch oh licht hallo hey graffiti alter was geht hier geht es nicht lang wow was war das polizia hands above your head ihr seid unter arrest und so hallo what 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 ey frau komm mal runter was geht denn ich schwöre ich bin ja nicht fremdgegangen oh du blöde kur ich oh vogel im hintergrund ich sollte das fenster zu machen die blöde kur hat mich verarscht ähm ok das dunkle oder was oh ja und wieder blut überall oh ja und verschlossene türen die ich nicht öffnen kann wie es scheint ich schwitze mir ist warm wer bist du sag komm her wir gehen jetzt durch und ziehen das durch will ich mein nächstes spiel anfangen und das hier mal beenden so weg du neu mitkommen mama oh mein du blöde ich hasse pumpen das schlimmste ich hab richtig schiss vor pumpen oh oh hallo oh du bist wieder ja 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 das hat ja auch so viel sinn dass die mir hier helfen kommen ne ja warum baut man denn sowas in einen krankenhaus denk nicht so lange nach hier sind komische leute unterwegs ja ja ok ok the fuck out of here hat man trotzdem gehört aber ich glaube ich muss niesen oh oh h Das war ja eklig Dankeschön wer immer jetzt auch gesundheit gesagt hat Puppen Puppen Oh, oh, da kommt noch ein Schnieser. Wieso kann ich denn nicht schießen? Okay. Das ist, gefällt mir nicht. Boah, Alter. Ich krieg voll die Gänse auf von den Arschlöchern. Die sollen mir aufhören mit der Scheiße. Oh, 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 oh. Hallo. Hallo. Da lang? Okay. The fuck? The fuck? Du bist aber nicht Rocky. Whoa. Böse Puppen. Oh, nein. Colonel? Oh, shit. Hallo. Du bist ja auch noch da. Was? Sorry, Kumpel. Das ist ein Dude. Du bist doch bestimmt wieder der vom Klo, oder? Hm. Oh, Munition. Health. Okay. Oh, das brauchst du schon wieder. Oh, das brauchst du schon wieder. Man weiß ja nie in diesem Spiel. Oh, ihr schon wieder ihr Wichsers. Nee, 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 nee. Boah, hier frisst das, Alter. Dann packe ich meine Waffe weg. Hallo. Bis jetzt funktioniert meine Taschenlampe noch. Brauche ich die noch? Ich glaube, ich werde das noch bereuen, dass ich das Ding nicht mitgenommen habe. Hm. Radio Room. Mach die Tür auf. Was? Incoming. Outgoing. Hallo. Okay. Was, ich soll die irgendwie anders kaputt machen? Keep out. Okay, dann nehmen wir halt den. War ich schon mal auf den richtigen Riecher, hä? Hehehe. Gell, bla bla, was? Okay, vielleicht war ich doch nicht so nah dran, wie ich dachte. Ja, der Gas-Camp könnte nur den Trick machen. Es ist alles in der Zeit, aber wir sehen, ob ihr es öffnet könnt. Hä? Irgendwas soll ich aufmachen, aber ich habe keine Ahnung was, ey. Der Container ist öfter. Ich bin nicht sicher, ob es den Job wird. Oh, jetzt habe ich irgendwas gemacht. Hehehehehe. Yeah, ich bin Profi. Hätte man mir jetzt nicht mal vorher sagen können, ey. Okay. Ja, danke schön, das habe ich jetzt auch gemerkt, dass ihr... Oh. Oh. Ich hau ab. Ähm... Ja, okay, hätte ich mir auch denken können, dass ich hier raus muss. Hallo! Und tschüss. Ich renne weg. Oh, Zombie! Fuck, habe ich mir erschrocken. Oh, fuck it. Evacuate Area immediately. This is not a system test. Kann ich da denn... Ich renne da jetzt einfach lang. Ich bin Sonic! Sonic! Pschuuu! Pschuuu! Oh. Madpack nehmen wir mit. Oh! Noch ein Madpack. Geh weg! Ähm... Aha! Yay! Mach die Tür auf! Ich bin out of here! Oh, shit! Ich will nicht sterben! Hat die... Hat die Kleine mir jetzt geholfen? Oh! Ich folge dir. Es sieht aus, als kommen wir zum Ende des nächsten Teils. Leichenhalle? Mord? Ja! Ja! Nicht mit mir! Scheiße, das hätte ich keine andere Wahl, ne? Okay. Ab in die Leichenhalle. Wir haben ja nichts Besseres zu... Wieso geht die Tür nicht auf? Mord ist da. Und da habe ich noch eine Tür gesehen mit... Ja! Okay. Ja. Warum habe ich mir das nur gedacht? Oh. Frauchen. Hallo. Steht ihr da auf einmal auf, die blöde Kuh? Oh, okay. Wir haben ja ein bisschen Hintergrundgeschichte, oder was? Okay. Irgendwas war... Das Haus hatten wir ja vom... Hallo? Gehst du mal weg? Willst du mal von mir rumzufummeln? Ja, geht's noch? Hallo? Hallo? Hi, B... Ähm... Entschuldigung? Wo ist mein Fleisch? Der Doron, du dummer Idiot. Muss ich immer irgendwo reinmischen, ne? Ich hasse dich, Mann. Ich hasse dich, Mann. Gut, ich glaube, das war's auch für den Teil. Ähm... Ich bin ja auch Profi, Mann. Ich spiele Battlefield. Denn das ist meine Pussy. Ja, wir copy. Oh, shit. Yes, this is Alpha Squad. We read you loud and clear. We have one KIA, one civilian. Abort mission. I'll kill the next. I'll kill the next. Evac stat. Okay. Okay. As soon as possible. Gute Idee, Alter. Ja, als wenn... Als wenn... Oh, hee, hee, Waffen. Als wenn ich wüsste, wo es hier lang geht, ey. Chapter 6, Evac. Okay, Jungs, das war's. Oh, hee, ins Gesicht. Also, wir sehen uns im nächsten Teil. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ähm, und so. Okay. White out! White out!